Ich habe uns heute hier versammelt, weil wir eine nicht so schöne Mitteilung an euch machen müssen. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, das Ladengeschäft in Montréal und Biederstraße demnächst zu schließen. Ja, nach dem längeren Lockdowns haben wir leider nicht mehr hier stationär zur alten Stärke wiedergefunden. Wir mussten uns leider daher entschließen, dass wir hier das Ladengeschäft in den nächsten Monaten schließen werden. Dabei entsteht für euch eine einmalige Chance, hier große gewöhnliche Stäbchen zu machen. Wir beginnen nämlich ab sofort in einem großen Räumungsverkauf hier, der sich aber explizit auf das Ladengeschäft zieht und in der Umland schon wieder befreitert, aktiv. Weil wir uns ja auch gut haben, dass wir reduziert werden können. Dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr hier zahlreich vorbeischaut und euch einer der Stäbchen schließt. Also wir freuen uns auf euch.